Nein! Nennst dich ganz gut, aber jetzt hast du glaube ich... Gibt's! Gas! Länge Zeit verloren. Hi, herzlich willkommen zu Tune Your System. Wir sind heute in Germarode beim Niklas und dem wird sein System getunt. Und er hat auch noch die Chance zusätzlich einen Asus Monitor und Razer Gear zu gewinnen beim Beats the Pro. Wir schauen mal nach, ob er da ist. Wir hoffen natürlich, dass er da ist. Deswegen lasst uns mal reingucken. Niklas, hier ist Lennart von Tune Your System. Hi, cool, dass du da bist. Ja, cooles Zockerparadies. Rechner, Fernseher direkt daneben. Was will man mehr? Aber lass uns doch noch kurz einen Moment über dich unterhalten, wie du so dazu gekommen bist, warum du dich beworben hast. Vielleicht hast du hier irgendwo ein Fleckchen, wo wir uns kurz hinsetzen können, ein bisschen unterhalten können einfach. Ja Niklas, wir haben jetzt dein Zimmer gesehen. Du hast hier unten für dich so dein eigenes Paradies. Wie kam es dazu? Haben deine Eltern gesagt, wir haben oben keine Lust mehr auf dich. Bloß ab in den Keller. Oder wie ist das dazu gekommen, dass du dein eigenes Reich hast? Ach, das kam eher eigentlich von mir, weil es war schon ein bisschen langweilig. Also es wurde oft genervt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich hier unten wohne. Wie kam es dazu? Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Wo hast du die Aktion überhaupt her? Also ich habe beim MrTweeday, von dem gucke ich regelmäßig die Videos. Und in einem Video habe ich gesehen, dass er ein Gewinnspiel macht in Zusammenarbeit mit Nvidia. Und da bin ich auf seine Facebookseite gegangen und habe mich da beworben. Was spielst du? Was ist so dein Lieblingsgenre bei den Games? Also hauptsächlich schon First-Person-Shooter und Counter-Strike. Aber auch Battlefield oder ja. Und kriegst du das denn so die Szene so ein bisschen mit? So gerade, wenn du sagst 3day, verfolgst du die großen E-Sports Turniere oder ist das was, wo du sagst, nee das ist nicht so meins? Doch, das macht mir schon viel Spaß und ich gucke auch oft Livestreams und ja. Ich befolge auch die Teams und gucke mir die Matches an. Den Tweet haben wir natürlich dabei, ebenso den Nuki. Wir gucken aber erstmal, was du sonst noch so gewinnen kannst. Wir holen nämlich gleich mal die Sachen dazu. Wir haben noch einen Asus-Monitor dabei und ein komplettes Razer Gear, was es für dich auch noch zu gewinnen gibt. Hol mal die Sachen und dann bin ich mal gespannt, was du für Augen machst. Okay. Diese Grafikkarte, die Asus Strix, Nvidia GeForce GTX 960, die hast du schon gewonnen. Die drücke ich dir schon mal so in die Hand, denn die ist schon mal deinen herzlichen Glückwunsch zum Start zu schummern. Dankeschön. Aber du siehst, das wäre ja doch nicht alles. Einmal den Asus-Monitor und natürlich einen kompletten Satz Razer Gear mit Maus, mit Tastatur, mit Headset. Also du bist wirklich komplett ausgestattet. Du musst allerdings noch dafür ein bisschen was machen. Ja. Ich würde sagen, wir tragen die Sachen erstmal rein und gucken dann, wie du dich so schlägst. Okay. 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 Hey Duki. Ja cool, ihr seid da. Wir kommen gleich hoch und holen euch ab. Alles klar. Alles klar, bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.